Der strategische Luftkrieg sollte die Armee des Landes handlungsunfähig machen. Doch der Irak reagierte. Schon am 18. Januar wurden acht Skat-Raketen gegen Israel abgeschossen. Diese sowjetischen Raketen waren im Irak zu einem eigenen Modell mit größerer Reichweite weiterentwickelt worden. Abgefeuert wurden sie von mobilen Rampen. Saddam Hussein lenkte die Skat-Raketen zuerst gegen Israel. Er wusste, dass er damit das Bündnis seiner Gegner schwächen könnte. Wenn Israel zum Gegenschlag ausholte, wären die arabischen Staaten aus der Kriegskoalition ausgeschert. Als die ersten Skat-Raketen einschlugen, war schnell klar, dass wir das beenden müssten. Sonst würde Israel in den Konflikt eintreten. Das wäre mit vielen politischen Gefahren und Auswirkungen verbunden. Wir hatten also eine vorrangige Aufgabe. Wir mussten die Skat-Raketen unschiffen machen. Get those Skats out of the battle. Also das ist etwas Schatzения für die Skat-Raketen? Also ist die Skat-Raketen und die EpochscheTINe in die Skygon ausgestattung. Ich hatte die Ostrasse zwei in W hypocan DCij XL-O! Wir mussten die Skat-Raketen khier Cinderella-owanieراue weg. Even ben vigenwege die Skat-Raketen mit sich nicht auf der Fallschule planen. Und wir die Karte auf restlichen Eva understands wügeresten. Eine Wδache für Karte-Radien Parte in den Grenzen are mit den Forever inventeden am cono Sims, die Sie verksamkeit wird für Wildаксим und Pastor Viewer oder in Katzen, einen beliet什么 Unter-In wir vorher ob aus einer blau superhero Schatten muss. Am Nachmittag des zweiten Tages hörten wir Ziegen, die sich uns näherten, und die Stimme des Jungen, der sie hütete. Als er uns sah, wurden seine Augen so groß wie Untertassen. Er wusste, dass da was nicht stimmte und rannte schreiend in Richtung der Geschütze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein junger Offizier rief dann die F-15, damit sie sich die anderen Ziele vornahm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020